Videopost von Grausini Lieber Leon Mascher, ich versuche ja, dich zu verstehen. Dafür bin ich in die Untiefen deines Kanals abgetaucht und auf das Video Junge ist scharfste Chili der Welt gestoßen. In diesem Video prankst, wir alten Leute sagen, veräppelst du deinen Kollegen Mayo? Meijo? Hat das was mit Tomi zu tun? Ja, einem Kumpel mal eine kleine Gemeinheit zufügen, dies hat wohl jeder schon einmal mit seinem Bro gemacht. Doch du gabst schon damals 2013 zu Beginn deiner YouTube-Karriere Vollgas. Oft beschwerst du dich, dass auf deinem Nacken Klicks gemacht werden. Du hast schon damals Klicks auf Kosten deines Freundes eingefahren, indem du ihm sehr scharfe Soße auf einen Burger schmierst und Essig in sein Trinken schüttest. Bravo! Mehr braucht es nicht, um seinen Charakter zu offenbaren. Mit freundlichem Gruß, Toni Grausini Mit freundlichem Gruß, Toni Grausini Untertitelung des ZDF, 2020